Hallo Freunde, für mich war mal wieder Convention-Zeit, besser gesagt Börsenzeit, noch genauer gesagt Comic- und Figurenbörse in Ludwigshafen-Zeit. Ich war zum ersten Mal in Ludwigshafen auf der Comic- und Figurenbörse. Wie mein erster Eindruck war, wie mein Fazit ist, ob ich was gefunden habe, wen ich getroffen habe, all das seht ihr jetzt in diesem Video. Los geht's! Ja Leute, irgendwie kann ich selbst gar nicht glauben, ich war noch nie in Ludwigshafen auf der Comic- und Figurenbörse. Dabei ist das von mir ja 80, 90 Kilometer entfernt, sage ich mal so grob. Und die gibt es wohl auch schon einige Jahrzehnte, muss man sich mal überlegen, eventuell sogar die älteste Börse oder eine der ältesten in diesem Bereich. Wer es weiß, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall hat es bei mir nie funktioniert, dass ich da hingefahren bin. Die letzten Jahre habe ich es immer mal im Auge gehabt, aber irgendwie ist dann irgendwas dazwischen gekommen. Diesmal war es soweit, 25.11.2023. Wir haben frühmorgens unsere Sachen gepackt und sind nach Ludwigshafen gefahren. Und ich blende euch immer zwischendurch ein paar Einspieler ein, was man da so gesehen hat. Natürlich habe ich da nicht alles gekauft. Ich habe tatsächlich was gekauft, aber ich habe nicht nur was gekauft, ich habe auch was geschenkt bekommen. Und damit möchte ich anfangen. Ich gehe in chronologischer Reihenfolge wieder vor, wie ich die Sachen gefunden habe oder bekommen habe, wie meine Eindrücke waren, wen ich getroffen habe und so weiter. Und den Anfang möchte ich machen, noch bevor ich überhaupt in die Börse, das ist so eine Art Stadthalle, nenne ich es mal, ja, Kulturzentrum heißt es, glaube ich. Noch bevor ich in den Eingang rein bin, kam mir der Heiko entgegen. Heiko, Grüße an dich, fleißiger Zuschauer auf dem Kanal, kommentiert immer fleißig meine Videos, richtig toller Typ. Und der hat mich draußen mehr oder weniger abgefangen. Er ist raus, ich wollte rein. Wir haben kurz gequatscht und er hat gesagt, hier, ich habe auch was für dich dabei. Und hat mir dann einfach Stallones Cliffhanger auf DVD geschenkt, hat gesagt, das ist nichts für mich. Ich weiß, du bist ein großer Stallone-Fan und hat mir den Film mitgebracht. Heiko, vielen lieben Dank. Sylvester Stallone, da kannst du bei mir, das weißt du auch, da du meine Videos herguckst, du kannst bei mir nichts falsch machen. Richtig toller Zug von dir. Ich finde das immer bemerkenswert. Ich finde das immer toll und wie gesagt, nicht selbstverständlich, wenn man einfach jemand anderem eine Freude macht, dafür auch nichts verlangt. im Gegenzug, sondern einfach sagt halt, hier, ich habe was für dich. Ich kann damit nichts anfangen, möchte dir eine Freude machen. Hier ist es und somit Cliffhanger auf DVD vom Heiko. Vielen lieben Dank. So, dann kommt man in die Halle rein, beziehungsweise man kommt erstmal in einen Vorraum. Und bevor man in die Haupthalle reinkommt und auch dafür bezahlen muss, also der Eintritt hat 3 Euro gekostet, finde ich vollkommen okay. Aber bevor ich die 3 Euro bezahle und in die Haupthalle reingehe, war noch im Vorraum ein Stand, wo ich mich ein bisschen umgeguckt habe. Und da habe ich tatsächlich auch schon das erste Teil gefunden. Also bevor ich überhaupt richtig auf die Suche gegangen bin, habe ich einmal schon die DVD bekommen und habe als zweites eine Sache gefunden, die ich mitnehmen musste. Und zwar handelt es sich um ein Toy aus einer Spielzeugserie aus den 90er Jahren, wo ich ja aktuell so ein bisschen vermehrt drauf schaue. Und zwar sind Toys aus Filmen und Serien der 90er Jahre, also alles was damit zu tun hat, Waterworld, Z-Quest, Waterworld habe ich schon gesagt, Dragonheart, Robin Hood, Captain Power und so weiter. Also alles was irgendwie in Verbindung mit Filmen zu tun hat, finde ich so toll, weil diese Toylines sind zum großen, großen Teil wirklich zum Schnäppchenpreis zu haben. Obwohl sie auch schon fast 30 Jahre oder älter sind. Ja, richtig klasse. Und da habe ich was gefunden zu einem Film von 1991 mit Dustin Hoffman, mit dem, ja, Gott habe ihn selig, mit Robin Williams, der viel zu früh sich entschieden hat, von uns zu gehen. Der Film Hook. Und ich habe hier das, hoffentlich sieht man das jetzt hier, ich blende wie immer natürlich die Bilder ein. Ich habe hier das Grokodil, was nicht gut auf Captain Hook, auf Dustin Hoffman zu sprechen war. Und aus der Toyline finde ich wunderschön. Das Ding ist komplett, ja, das Ding ist komplett. Ich habe hier oben quasi einen fahrbaren, einen fahrbaren, ja, einen Untersatz drauf, ja, mit zwei Geländern. Den klippe ich hier oben so drauf. Dann habe ich diese Angelrute hier vorne dran und dieses Schild hier, was das Krokodil sieht und dann ganz narrativ ist und versucht es zu kriegen. Und habe hier hinten, an der Seite noch die ominöse Uhr dranhängen. Also das Ding ist komplett wunderschön und ich blende euch jetzt einen Einspieler ein, was das Teil machen kann. Ja, ist das nicht geil, oder? Ist das nicht cool? Der hat hier unten, ich hoffe, es fällt jetzt nicht runter, und man sieht, der hat hier unten eine Rolle dran, ja. Und wenn ich da über den Boden mitfahre, dann öffnet sich das Maul, ich hoffe, man sieht es, und er versucht zu schnappen. Ich finde es genial, ja, und das Teil ist komplett, ich bin noch nicht so in dem Hook-Thema drin, wie ihr gesehen habt. Das war auch keine Hook-Figur, sondern eine Action-Force-Figur, die ich draufgestellt hatte beim Video. Ich habe noch keine lose Hook-Figur, das ändert sich hoffentlich bald demnächst. Ich suche die OVP und auch lose. Und das Krokodil zumindest, was es OVP angeht, also Mock-Zustand angeht, ist, glaube ich, eines der teuersten, was zu bekommen ist. Deswegen war es hier für mich ein No-Brainer, das Ganze hier im Komplettzustand, in einem wirklich, wirklich schönen, fast schon MINT-Zustand mitzunehmen. Denn das Ganze hat mich 12 Euro gekostet und da konnte ich nicht Nein sagen und habe jetzt das erste Spielzeug aus der Hook-Toyline. Und dann ist es gerade das Krokodil in der Sammlung. Ich finde es einfach klasse. Ja, dann sind wir in die Halle rein, das erste Mal, und sofort auf den Stand von Mr. Coleco getroffen. Habe ich noch nie live getroffen, noch nie live gesehen, noch nie mit ihm gesprochen somit auch. Habe einen sehr netten Plausch gehabt. Ja, ein super netter Typ, richtig klasse. Also auch hier schöne Grüße an dich. Und meine Freundin hat dann bei ihm in so einem Schaukasten was liegen sehen und hat gesagt, guck mal, das ist doch was für dich. Und ich habe geguckt und es war auch was für mich. Ich dachte erst, okay, den Preis kann ich nicht so richtig sehen. Das kann unmöglich der Preis sein, den er dafür haben will. Aber dann haben wir nachgefragt und er hat es rausgeholt und es war der Preis. Das ist auch wieder eine Toyline, die ich gerade anfange zu sammeln, die ich permanent halt was bekomme, was ich richtig cool finde. Diesen Deutschland glaube ich nicht gehabt. Ja, und zwar geht es um Rambo. Rambo, die Zeichentrickserie. Ein weiteres Teil. Diesmal ein 50 Kaliber Machine Gun Surefire Ground Support. Ja, hier ist Rambo, der halt drauf losballert. Finde ich richtig klasse. Ist von 1986. Ja, ist noch sielt. Der Karton nicht mehr im Bestzustand, nicht mehr im MINT-Zustand. Auch hier der Flap hat eine Stresslinie und so weiter. Aber Mr. Coleco, der wollte 35 Euro dafür haben. Und das fand ich mehr als angemessen. Habe ihm die sehr gerne gegeben und habe dann dieses Rambo original verpackte Maschinengewehr mit in die Sammlung bekommen. Wir haben darüber gesprochen. Er hat gesagt, er findet den Preis mehr als fair. Er hat davon einiges gehabt. Er hat die damals oder ja vor einiger Zeit halt auch dementsprechend zu einem günstigen Preis bekommen. Und natürlich könntet ihr jetzt teurer anbieten, weil die ja im Preis steigen. Aber er hat gesagt, er hat sie zu dem Preis, zu einem günstigeren Preis bekommen. Wieso soll er jetzt die Dinger jetzt halt auf 100 Euro setzen oder auf 80 Euro setzen oder so? Er sagt, 35 Euro hält er für gerechtfertigt. Auch mangels des perfekten Zustandes hier. Und was soll ich sagen? Super sympathischer Händler. Richtig klasse. Schaue ich auch gerne mal öfters jetzt im Shop vorbei. Auf Facebook vorbei. Ist überall vertreten. Also wie gesagt, das Rambo Maschinengewehr vom Mr. Coleco 35 Euro. Für mich auch, ja, gar keine Frage. Musste ich mitnehmen. Ja, und ich würde sagen, wir machen einfach mit dem Thema weiter. Denn, ich weiß nicht mehr genau, ob es jetzt, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen außerhalb der Reihenfolge, aber es passt gerade rein. In Wühlkisten haben wir weitere Sachen gefunden. Und zwar habe ich eine Rambo Bootleg Figur gefunden. Gucken euch den mal an. Sieht der nicht cool aus? Ja, man sieht halt auch noch an den Händen, ja, weiß nicht, ob man das hier sieht, die Abgüsse. Also der ist nicht sauber ausgestanzt etc. Das ist einfach eine billige Bootleg Figur. Hat auch keinerlei irgendwo ein Copyright oder irgendwann ein Jahr oder was auch immer drauf. Ja, kein Logo, nichts. Ich finde ihn aber total klasse. Ja, und den habe ich an einem Stand mitgenommen für 8 Euro. Ja, der Verkäufer wollte 10 haben und dann haben wir uns auf 8 Euro geeinigt. Fand ich richtig, richtig cool. Ja, weil der wandert so auch in meine Rambo Sammlung. Und dann kam mein Schatz an und sagte, guck mal, ich habe hier was. Ja, und hält mir den hier vor die Nase. Guckt euch den mal an, kommt euch der bekannt vor? Ja, der sieht doch so aus wie der, den ich eben gezeigt habe. Bis auf eine Kleinigkeit. Ja, ich blende euch jetzt nochmal Bilder von beiden ein. Der ist, ja, der eine war ein bisschen mehr in der Sonne wie der andere, glaube ich. Aber es ist die gleiche Figur. Einmal der Oberkörper ein bisschen ausgeblichen. Ja, da hat er wohl zu wenig unter dem Solarium gelegen, der gute Rambo. Und einmal etwas gebräunter oder etwas natürlicher von der Hautfarbe her. Und den hat sie dann auch in einer Sammelkiste gefunden für, ich meine, 3 Euro oder 4 Euro. Habe ich mich ein bisschen geärgert über die 8 Euro hier. Aber es sind ja quasi Varianten. Ich finde es richtig cool. Ja, zwei Rambo Figuren, zwei Bootlegs sind besser wie ein Bootleg. Von daher, sofort kommen die in die Sammlung zu meinen Rambo Sachen. Und ich finde es richtig klasse. Und meine Rambo Sammlung wachst, äh, wachst, ja, wachsen müsste ich sie vielleicht auch mal, wächst und gedeiht richtig, richtig cool. So, dann ging es an einen Stand, die haben wirklich alles gehabt. Also diese Vielfalt, die es da gab, ähm, war richtig, richtig klasse. Es gab von allem was. Es gab nicht, es gab viel Star Wars, auch viel Star Wars Vintage. Es gab Motu Vintage, ja, ähm, also wirklich auch original verpackt, etc. Aber, das gibt es ja überall, weil das ist halt das, 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 ja, die Kernpunkte, sage ich mal, Motu und Star Wars. Aber es war so breit gefächert. Es gab sehr, sehr viel Big Jim, was mich sehr gefreut hat. Also richtig coole Händler, die Big Jim gehabt haben. Die zum Beispiel auch der eine, da war ich, da habe ich mit mir gekämpft, ob ich es machen soll oder nicht. Der eine Händler hatte eine, ähm, Grizzly Adams Figur in OVP von Mattel. Wenn ich ein Bild finde online, dann blende ich es mal ein. Äh, ich glaube, ich habe davon kein Bild gemacht von der Figur. Ich muss mal schauen. Ähm, Grizzly Adams ist, äh, Figur aus, von Mattel von 1970. Der Mann aus den Bergen hieß die Serie bei uns. Ja, das war ein Einsiedler, beziehungsweise der, der, der Mann, der ein Verbrechen, eine Verbrechen beschuldigt wurde, was er nicht begangen hat, ist dann in die Wälder gegangen, hat sich da mit einem Indianer angefreundet, ähm, und auch mit einem Bären, ja. Ja, und es war eine tolle, tolle, harmonische, schöne Familienserie, die wir früher immer sehr gerne geguckt haben. Ich glaube, die läuft im Fernsehen gar nicht mehr, ähm, richtig toll. Und da gab es, wusste ich bis vor kurzem noch gar nicht, da gab es auch eine Figur von. Und zwar, es gab den Indianer und es gab den, ähm, ja, den Grizzly Adams, heißt er. Ähm, die Figur war OVP. Die OVP war allerdings sehr, sehr beschädigt. Äh, die Figur war komplett, der hat, glaube ich, eine Axt dabei zum Holz schlagen. Ähm, hab mit dem Verkäufer gesprochen, er wollte 100 Euro für die Figur haben. Wenn ich die Ebay-Preise sehe, dann ist das gerechtfertigt, sag ich mal. Ja, weil da kriege ich den für 150, 160, wenn die Verpackung besser in Schuss ist. Nicht optimal, aber besser in Schuss. Somit war 100 Euro wahrscheinlich okay. War mir aber für den Zustand in dem Fall halt nichts. Nichtsdestotrotz, ich schweife ab. Ähm, also sehr viele bunt gemischte Sachen. Und es gab auch Regina Regenbogen. Regina Regenbogen, sag ich, äh, habe ich ja mittlerweile ein paar Sachen. Früher auch nie gehabt. Und, äh, das, was ich habe, reicht mir auch eigentlich so. Ähm, wenn ich irgendwo was wirklich zum Schnäppchenpreis sehe, dann darf das gerne in meine Sammlung wandern. Aber ich gebe jetzt nicht 20, 30, 40 Euro für eine Figur aus. Äh, dafür habe ich damit zu wenig Punkte, Berührungspunkte. Ein paar habe ich, wie gesagt, das deckt den Teil meiner Sammlung schön ab. Aber nichtsdestotrotz, ähm, auch wieder hier. Mein Schatz hat eine Regina Regenbogenfigur gefunden, hat gesagt, guck mal, das ist doch was für dich, oder? Ähm, und hier haben wir sie. Guck mal hier. Das ist irgendeine besondere, weil eigentlich, hier haben wir ja meine, die ich vor kurzem gefunden habe. Eigentlich ist ja das hier das Outfit von ihr. Ja, äh, Rup, die ist ganz schön groß, gell? Ähm, und die hat ein anderes Kleid an, hat andere Schuhe an. Äh, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr hier sagen könnt, was der Unterschied ist. Ob das einfach nur eine andere Kleidvariante, ein anderes Outfit ist, oder ob das irgendwas mit auf sich hat, mit dieser, mit diesem Kleidchen und den Schuhen. Auf jeden Fall haben wir gefragt, was soll die Kosten? Und der Verkäufer sagte, hier 12 Euro für die. Und bei 12 Euro habe ich auch nicht lange rumgemacht, äh, verhandeln. Ich war gar nicht so, dass ich auf dieser Börse gesagt habe, die Preise sind schlecht, ich muss da, oder die Preise sind mir zu teuer, ich muss da jetzt wirklich handeln. Ja, ähm, der Chris Lee Adams mal abgesehen, ja, also der Preis, wie gesagt, fand ich auch gerechtfertigt eigentlich, aber für mich war es in dem Moment zu teuer. Ähm, die Preise waren optimal, die Preise waren richtig gut da vor Ort, also wirklich klasse. Also du musst es eigentlich gar nicht handeln. Meistens haben die Verkäufer von selbst schon gesagt, komm, ich gebe sie dir dann, steht so und so viel dran, aber ich gebe sie dir für das. Ja, und hier, wie gesagt, wollte der Verkäufer 12 Euro für haben, da habe ich auch nicht verhandelt, habe die 12 Euro gegeben. Und so macht das Spaß. Diese Regina wanderte auch in mein kleines Regenbogenbunte, Regina Regenbogen, ähm, Poppels Barbie Regal und so weiter. Ähm, ähm, und ja, gesellt sich da zu den anderen Plüchis, finde ich richtig, richtig gut. Klasse. So, dann habe ich den Marc getroffen. Der Marc, äh, den habe ich das erste Mal getroffen auf der Luxor Fantastic dieses Jahr im April, Mai, April, Mai, oh, die Zeit verfliegt. Also auf der Luxor Fantastic dieses Jahr kam er zu mir, hat mich angesprochen, hat gesagt, hier, du bist doch der Retro Rauner, ja, ich verfolge deinen Kanal, finde ich richtig cool. Ähm, und hat mir damals auch schon ein Star Wars Vintage Mini-Rig, so ein kleines Fahrzeug, geschenkt. Richtig klasse. Ja, ähm, hat gesagt, er ist Star Wars Vintage-Sammler, er hat eine richtig tolle Komplettsammlung, nenne ich es mal, einfach mal zu Hause. Also, ja, verkauft auch immer wieder auf diesen Veranstaltungen. Ähm, habe ihn dann auf der Tollblosion gesehen, da haben wir wieder ein Deal gehabt. Und, äh, hier auf der, äh, in Ludwigshafen war er auch wieder da, hat auch einen Stand gehabt, habe ihn gesehen, habe ihm Hallo gesagt. Wir haben kurz gequatscht. Und, äh, da sagte er auch wieder, ich habe was für dich dabei. Und da dachte ich mir, nee, das kann doch nicht wahr sein. Dachte, doch, ich möchte dir was geben. Ich habe was gefunden und das möchte ich dir schenken. Und hat mir, ich bin mal gespannt, ob ihr es erkennt, hat mir das hier mitgebracht. Es ist ein Poster, das hier ist ein Ausschnitt vom Poster. Ich habe es noch nicht hier aus der Hülle rausgeholt. Aber, äh, ja, vielleicht wisst ihr, was es ist. Ich hole es mal raus. Ja, ähm, es ist, ja, etwas, wer meinen Kanal verfolgt, äh, der weiß, dass ich das liebe, dass einer meiner Lieblingsfilme ist, mein Lieblingsschauspieler ist. Und ich mache es mal so. Ich habe hier, hoffe, das kriegt man auf die Kamera, ein riesengroßes Over-the-Top-Plakat. Und ich klappe es jetzt nicht ganz aus, weil das kriege ich hier nicht aus dem Bild, aber hier ist die Unterseite. Stallone Over-the-Top. Das Ganze ist noch, gerade mal gucken. Ja, es hat keine Einstichlöcher, es hat keine Klebestreifen. Ja, es ist neu ungeklebt, ungelocht, sage ich mal. Ich finde es total klasse. Ja, lieber Marc, vielen, vielen Dank für das Over-the-Top-Plakat. Ich muss mir Gedanken machen, wo um Himmels Willen ich das hin tue. Ich möchte es gerne, gerne aufhängen, weil das gehört an die Wand. Ich brauche da nur noch Platz. Den lasse ich mir einfallen und dann schicke ich dir auch gerne ein Bild, wo es hängt, wie es aussieht. Marc, vielen Dank. Eben hatten wir es von 90er-Jahre Toylines. Da komme ich jetzt wieder darauf zurück, Toylines zu filmen. Toylines, die es hier teilweise nicht gab, die meistens immer nur aus einer kleinen Menge an Figuren und ein, zwei Fahrzeugen oder Play-Sets bestanden haben. Das sind diese 90er-Jahre Film- und Serien-Spielzeuge. Finde ich richtig klasse. Also da kann man wirklich noch gucken, dass man Full-Set, dass man Komplett-Set bekommt. Und bei dem Film Dragonheart bin ich ja kurz davor, ein Full-Set zu bekommen. Figuren habe ich alle komplett. Drachen gibt es drei Stück auf einem Blister-Karton, also drei einzelne, die in einem Blister sind, wie die Figuren halt auch. Und es gibt noch Drachen, die ja Oversized sind, also eine Übergröße haben, die es in einem Karton, in einer Box gibt. Und wir laufen über die Figurenbörse und dann sage ich, guck mal, da oben ist ein Drache. Guck mal, der ist ganz schön groß. Und da sagt meine Freundin, ja, den hast du noch nicht. Und ich dachte mir halt echt, stimmt, den habe ich noch nicht. Ich war total durch irgendwie schon von diesen ganzen Eindrücken da. Und dann mit dem Verkäufer gesprochen, was soll ich sagen? Leute, wir machen es kurz und schmerzlos. Dragonheart, Evil, Griffin, Dragon and King Anon, haben wir hier von Kenner von 1996. Film ist 95, Figuren kamen 96 raus. Sealed, original verpackt. Ja, die Figur mit einer Includes-Exclusive-Figur, also King Anon, den gibt es auch nochmal einzeln auf Blisterkarte. Und hier ist nochmal eine Sonderfigur in einem anderen Outfit drin. Ja, finde ich wunder, wunderschön. Ja, ich mag dieses Artwork. Das ist irgendwie, ja, recht schlicht gehalten. Trotzdem hat es irgendwas Besonderes. Ja, ein großer, großer Karton. Hinten drauf seht ihr den Drachen, wie er als Spielzeug ist. Ich werde ihn nicht auspacken. Ich werde ihn, wie sagt es so schön, misplassen, also mint in sealed box. Also originaler Zustand in versiegelter neuer Box. Ja, sehr, sehr schön. Und auch hier ist der Verkäufer von sich aus, ja, 10 Euro einfach runtergegangen. Er wollte 50 Euro dafür haben. Ja, und ja, hat dann gesagt, für 40 kannst du mitnehmen. Wir haben uns sehr nett unterhalten, also richtig klasse. Und, äh, ja, er ist riesengroß. Ich muss gucken, wo ich den hintue. Ja, ähm, ich habe mir eigentlich diese Billy-Regale geholt und wollte pro Regalboden quasi eine von den 90er Toylines reinkriegen. Das sollte eigentlich so klappen. Äh, der Regalboden ist jetzt leider mit den Dragonheart-Figuren auf Karte schon voll. Der wird halt eng, den noch dabei zu kriegen. Und es gibt Minimum, Minimum, das könnt ihr jetzt auch mal wieder in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Es gibt Minimum noch mal den Draco, also den Hauptdrachen aus dem Film, der von Mario Adolf gesprochen wird. Der hat einen Soundchip drin. Den gibt es auch noch mal in dieser Box. Äh, und es wie gesagt, es gibt drei Drachen in einem Blister. Ja, es gibt Minimum zwei in einem Karton. Ich befürchte, es gibt auch die gleichen drei, also noch einen dritten, auch in der Box. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß, nur 40 Euro finde ich einen richtig guten Preis. Ich habe schon mal geguckt, was die auf Ebay kosten und für was die verkauft werden. Meistens gibt es sie nur in den USA. Da kostet der Versand allein schon 30 Dollar plus Einfuhrgebühr. Und die Figuren meistens hier, die kosten meistens 50, 60, 40, 50, 60. Also du bist locker bei 120, 150 Euro vielleicht. Ja, und dann 40 Euro für das gute Teil. Sofort in die Tüte gepackt und mitgenommen. Besser kann es nicht laufen. Dragonheart, Evil, Griffin, Dragon and King, Einon jetzt bei mir in der Sammlung. Was wäre eine Figurenbörse ohne Gummifiguren? Ohne Schleich, ohne Bulli, ohne Heimo und wie sie alle heißen, ja, wäre nichts. Und deswegen gab es da Figuren in Hülle und Fülle, Leute, das könnt ihr gar nicht glauben. Es gab schüttenweise, kartonweise, kistenweise ja, ich nenne es jetzt einfach mal Gummifiguren. Und was macht der Retro-Rauner da? Der muss natürlich kaufen. Keine Börse, kein Flohmarkt, kein Event ohne Gummifiguren. Dann wäre es für mich kein Event, keine Börse, kein Flohmarkt. Natürlich vorausgesagt, man findet immer was. Ich habe was gefunden, das möchte ich euch jetzt zeigen bei einem Händler. Und ich fange erst mal an mit Tami von den Gummibären. Finde ich sehr, sehr toll. Ja, da gibt es, glaube ich, zwölf Figuren insgesamt. Also sechs Charaktere und jeden Charakter in zwei verschiedenen Ausführungen. Das ist Tami sitzend mit ein paar Bären, die er gerade, ja, futtert. Er hat ja immer Hunger, der Gute. Und die Figuren müssten von 90, 91 oder 89 sein um den Dreh rum. Also finde ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöner Zustand auch. Der wandert so in meine Sammlung. Dann habe ich noch einen, ich hoffe, das sieht man jetzt durch die Tüte, weil der ist noch in der Tüte drin. In dem Baggy, nenne ich es mal. Heißt das ja neudeutsch. Ja, einen E.T. Schlüsselanhänger. Und das Tolle ist, wie gesagt, der ist einmal noch unused, der ist noch original verpackt. Und der hat so Kulleraugen, das sieht man jetzt wahrscheinlich hier gar nicht. Ich versuche es in dem Bild einzufangen. Also die Augen kullern hin und her, wenn man den schüttelt. Finde ich richtig, richtig toll. Der durfte mit in die Sammlung. Und dann habe ich was gefunden, wo ich dann eventuell eure Hilfe brauche. Denn ich habe Monchichi-Figuren gefunden, als Gummifiguren. Ich habe hier einmal einen Monchichi-Baseballspieler, der noch den Handschuh in der einen Hand hat. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Ich habe eine, gibt es auch weibliche Monchichi? Heißen die dann Monchichine? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall einen, glaube ich, einen weiblichen Monchichi mit einer Tasse Tee. Ich glaube nicht, dass sie Kaffee trinken, mit einer Tasse Tee in der Hand. Sehr, sehr schön. Ich habe zwei Musiker. Einmal mit, Oh Gott, so Schellen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Hier den Musiker Monchichi. Und hier den, haben wir den nächsten, den Flötenspieler Monchichi. Finde ich sehr toll. Ja, und dann haben wir noch, passend zur jetzt kommenden kalten Winter, Weihnachts, Jahreszeit, wir haben hier einen Skifahrer Monchichi, gelber Skifahrer, auf roten Schienen. Finde ich von der Farbgebung her total toll. Finde ich so schön. Ja, die Figuren sehen aus wie geleckt. Ja, also richtig, also sprichwörtlich nicht wirklich geleckt. Nicht falsch verstehen. Und hier haben wir dann noch mal eine, einen Monchichi in rosa pink, in rosa eher, äh, mit gelben Schieren, die quasi liegt. Ja, man kann sie also, also eigentlich liegt sie, aber man kann sie auch theoretisch auch hinstellen. Das würde auch gehen. Ja, aber ich denke, die Figur soll liegen. So, das sind, äh, drei, vier, fünf, sechs Monchichis, die ich hier habe. Ein Tami von den Gummibären und ein E.T. Und zu den Monchichis, ja, ähm, ich habe ja, das habe ich auch schon im ein oder anderen Video gezeigt, ich habe ja mein tolles, ähm, wie heißt es, Comicfiguren, meinen tollen Comicfiguren-Preiskatalog, äh, Jahrgang 2526. Ja, ich glaube, die gibt es auch so gar nicht mehr in Heftform, aber, ähm, die alten Figuren sollten da ja alle drin sein, dachte ich mir. Ich habe natürlich, äh, schon ein paar Monchichi-Figuren, die hatte ich auch hier immer abgestrichen hier, ja, die ich habe, und die Figuren sind von Bulli von 1981. Aber jetzt kommt's, jetzt brauche ich eure Hilfe, es sind keine weiteren Bulli-Figuren drin, und alle Figuren, die ich mitgenommen habe, also alle drei, sechs, äh, alle sechs, äh, Monchichis, sind nicht in dem Katalog abgebildet, und, äh, es steht auf der Rückseite, steht auch drin, Saiguchi, gut, das ist der Hersteller, der, äh, Monchichis generell, also auch den Plüchen, den Plüchis, und, äh, 1979 Japan steht bei jedem Einzelnen drauf, 1979 Japan, Saiguchi, ähm, nix von Bulli, und hier steht halt auch, dass die Bulli-Figuren von 81 sind, das heißt, die scheinen eine andere Serie zu sein, die scheinen von früher zu sein, von 79, und auch nicht von Bulli, sondern von Saiguchi direkt, ich weiß es nicht genau, schreibt's in die Kommentare, wenn ihr es wisst, ich freue mich immer über eure Kommentare, dass ihr mich auch aufklärt, das ist ja schon ein paar Mal richtig gut, äh, hat schon ein paar Mal richtig gut geklappt, ja, auch hier zähle ich wieder auf euch Leute, haut in die Tasten, und lasst mich wissen, was es mit denen auf sich hat. Ja, Leute, und dann wollten wir noch ein letztes Mal drüber laufen, über die Convention, ich weiß gar nicht über die Börse, ich weiß gar nicht, wie oft wir rund gelaufen sind, aber man hat immer wieder was Neues entdeckt, wo man stehen geblieben ist, und wirklich am letzten Stand, in einer Ecke, sage ich mal, habe ich noch was, oder haben wir noch was gefunden, und der Verkäufer war wie alle anderen super nett, es hat super Spaß gemacht, man hat auch einfach gequatscht über Gott und die Welt, ja, und, ähm, da habe ich was gefunden, was mich auch sehr gefreut hat, was ich gerne mitgenommen habe, und zwar habe ich hier einmal von 1991, das ist mir erst später aufgefallen, dass es so, ja, so neu ist eigentlich, ein Heidi Quartett von FX Schmidt, ja, das ist von 1991, ja, komplett natürlich, dann habe ich ein Pumuckl-Schwarzer Peter von 1982, das ist so ein Mini Quartett, wenn man das halt sieht, oder ein Mini-Schwarzer Peter, sieht man ja hier, gell, ist es nur halb so groß, und, also eigentlich nur ein Viertel, wenn man das mal so auf die Rückseite zeigt, ja, also Pumuckl-Schwarzer Peter, ein Pumuckl-Quartett, auch Mini-Ausführung, auch von 1982, auch natürlich komplett, und dann ganz schön von, äh, Ass, Ass-Spiele, äh, von 1977, ein Maxi-Mini-Schnipp-Schnapp-Heidi, ein Maxi-Mini-Schnipp-Schnapp-Heidi von Ass, und das Tolle hier ist, ich mache es mal auf, es ist noch in Folie, es ist noch original verpackt, ja, ich finde es total klasse, der Verkäufer wollte, für jedes Quartett, zwei Euro haben, ähm, dann habe ich aber noch weiter geguckt, und habe an seinem Stand, noch was gefunden, und zwar habe ich auch letztens, den Viewmaster gezeigt, also dieses kleine Bildgerät, wo ich diese Scheiben reinstecke, wo ich dann halt weiter drücken kann, und dann sehe ich diese, ja, quasi so das erste, 3D-Fernsehgier, nenne ich es mal, beschränkt halt natürlich auf die Bildscheiben, die ich einlege, und er hatte auch sowas gehabt, hier habe ich von 1989, passend zu meinem Hook Fund, mit dem Krokodil, habe ich hier Peter Pan, für den Viewmaster, auf einer deutschen Karte, ja, ähm, finde ich sehr schön, drei Scheiben sind das ja immer, 21 Bilder, ja, äh, noch original verpackt, ja, hier nochmal die Rückseite, sehr, sehr schön, ja, sehr schöner Zustand, also die Karten auch, in einem wunderschönen, tollen Zustand, ja, dann habe ich, äh, auf einer belgischen, denke ich, französischen, eher belgischen Karte, von 1980, noch was gefunden, und zwar von der Fernsehserie, die Chips, ja, die Motorradpolizei, aus, ja, den frühen 80er Jahren, meine ich, ja, sind die rausgekommen, ich weiß gar nicht, ob die schon 79 oder so draußen war, auf jeden Fall habe ich die in den 80ern auch geschaut, die zwei Motorradpolizisten, auf einer, wie gesagt, sieht man jetzt am Anfang hier gar nicht so, ja, Chips heißt die Serie, auch auf der Rückseite sieht man es dann, dann ist es in Französisch, Belgisch draufgeschrieben, ja, finde ich sehr schön, aber auch hier, original verpackt, äh, Viewmaster Scheiben, finde ich richtig toll, die konnte ich mir nicht entdecken, gehen lassen, und dann, ähm, war ich eigentlich durch, und dann habe ich im Hintergrund noch, ein Brettspiel gesehen, ich dachte es ist ein Brettspiel, und, äh, dann hat der Verkäufer mir das geschickt, äh, geschickt, ja genau, gezeigt, rübergeholt, und, äh, für das Brettspiel wollte er 15 Euro haben, für diese, äh, Viewmaster Scheiben jeweils 8 Euro, was ich auch schon denke, was vollkommen okay ist, wenn man so sieht, was die online kosten, und, ähm, das Brettspiel hat er mir dann gezeigt, und ich habe es mitgenommen, Pinocchio, ich habe ein bisschen mit mir gehadert, weil ich habe gesagt, ich habe eigentlich keinen Platz für noch mehr Brettspiele, die ich damals nicht hatte, ich wollte ja eigentlich dann immer die Brettspiele mir zulegen, die ich damals hatte, äh, oder die ich kannte habe, die Freunde hatten und so weiter, das hier hatten wir nicht, aber das ist halt Pinocchio, das ist halt gleiche Kerbe wie Biene Maja, wie, äh, Kimber der Weiße Löwe und so weiter, Vicky, Sindbad, das ist alles so, der gleiche Schlag, ja, und das Zeug kann ich einfach nicht stehen lassen, und, ähm, ihr seht hier so kleine Tesafilmstreifen, und, äh, der Verkäufer sagte, das Ding ist neu, ja, ähm, 15 Euro wollte er dafür haben, ich habe dann lange mit mir gehadert, ich habe wirklich lange mit mir gehadert, habe dann immer noch nette Floskeln mit dem Verkäufer ausgetauscht, bis er halt sagte, äh, oder, was heißt, bis er halt sagte, also es war jetzt ganz normales Gespräch, ähm, und er sagte, doch, das willst du, das willst du haben, und er hat gesagt, ich weiß nicht wohin, ach, ach, Platz ist in der kleinsten Hütte, bla bla bla, und, was soll ich sagen, er hat mich jetzt nicht überredet, aber ich, tief im Inneren musste ich es einfach mitnehmen, passt halt zu Heidi, zu Pumuckl, et cetera, und so weiter, und dann habe ich für alles zusammen, wie gesagt, für vier Quartetts, wo er eigentlich zwei Euro pro Quartett haben wollte, für die zwei Viewmasterscheiben, wo er acht Euro haben wollte, plus das Spiel, wo er 15 Euro haben wollte, ich habe im Gesamtpaket 30 Euro bezahlt, was ich vollkommen okay, fand, und, wie gesagt, hier sind die Aufkleber, äh, die Tesafilmstreifen drauf, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Spiel original verpackt ist, deswegen, und es ist ja auch kein Einsatz, ja, es ist jetzt kein Teil, was, wenn es original verpackt ist, in zehn Jahren 300 Euro kostet, oder 100 Euro kostet, oder 20 Euro kostet, ja, es ist ein Pinocchio Spiel von 1977, Apollo, Wien, da kamen mir die ganzen Sachen her, aus dieser Schmiede, und, ich habe es mich getraut, ich habe den Kasten geöffnet, Leute, und was soll ich sagen, ich glaube, das Spiel war noch nie offen, ja, eine Mint-Anleitung habe ich hier, ich habe hier die Kärtchen, alle, die sind noch nicht ausgestanzt, ja, es ist alles in einem neuwertigen Zustand hier, auch der Pinocchio, hier, wie gesagt, nicht ausgestanzt, ich hoffe, man sieht es, also ich glaube, ich habe es als erster geöffnet, ich bin fast in Ohnmacht gefallen, wie ich das gesehen habe, wie ich den Karton geöffnet habe, aber es ist sehr, sehr toll, wie gesagt, das hat ja keinen Wertverlust, ja, sehr toll, und somit, mit vollen Taschen, haben wir dann die Börse glücklich, und mit einem breiten Grinsen verlassen. Ja Leute, das waren meine Funde, von der Comic- und Figurenbörse in Ludwigshafen, ja, ich möchte jetzt noch mal ein paar Leute erwähnen, ein paar Freunde erwähnen, die ich dort getroffen habe, leider, wie immer, viel zu wenig Zeit gehabt, um miteinander zu quatschen, aber so viel Zeit muss sein, wie gesagt, Mr. Coleco das erste Mal getroffen, vielen lieben Dank, für die netten Plausch, den wir gehabt haben, ich habe den Steven von Strong Vision gesehen, auch hier, Grüße an dich, Grüße an das Strong Vision Team, Andy Daniel, viele Grüße, ich muss kurz gucken, damit ich keinen vergesse, den Jens Rahause, mit der Pfalz Connection natürlich, ja, ich habe die Jungs von Skippo Bootlegs getroffen, die auch eigentlich immer auf jeder Convention sind, die ich besuche, also auch an euch, viele Grüße, ja, genauso, wie gesagt, den Marc und den Heiko, habe ich schon erwähnt, den Tobi Gabler, auch da, Grüße an dich Tobi, macht immer Spaß dich zu treffen, dann habe ich natürlich noch, jetzt darf ich es nicht vergessen, die Sabine, Stamm der Sabinerin, auch ein toller YouTube Kanal, und den Marco, den Retro Krempel, auch auf YouTube vorhanden, auch ein geiler Typ, euch auch getroffen, verzeiht es mir, seht es mir nach, wir haben, ich oder ich habe, total versäumt, mit irgendeinem von euch Fotos zu machen, das ist mir erst im Nachhinein eingefallen, wie ich schon wieder auf dem Nachhauseweg war, ich weiß auch nicht, ich war so geplättet, aber, ich habe es in Erinnerung, ihr war da, wir haben sehr viel, ja, Freude gehabt, auf diesem Event, das Event selbst, war einfach der Hammer, ich finde es richtig klasse, es war sehr familiär, wie gesagt, in, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, in einer kleinen Stadthalle, so nenne ich es einfach mal, ähm, es war, jeder, super toll drauf, Verkäufer, Besucher, ja, du konntest mit jedem quatschen, du bist mit jedem ins Gespräch gekommen, jeder hat ja auch irgendwie sofort Anekdoten erzählt, zu dem Spielzeug, was er für Verbindungen hat und so weiter, es war einfach eine tolle, tolle Gemeinschaft, und, ähm, nächstes Jahr, also diese, diese, ähm, Figurenbörse ist zweimal im Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, korrigiert mich und schreibt es dann in die Kommentare, wenn ich falsch liege, ähm, sie ist immer im, um den März rum, und um den November rum, wenn ich einen Link finde, dann packe ich ihn auch noch, unten in die Videobeschreibung rein, äh, ich glaube, wie gesagt, nächstes Jahr 2024 im März ist die nächste, Leute, ich bin sowas von wieder dabei, wir überlegen sogar, ob wir eventuell auch mal einen kleinen Stand machen, ja, aber wir haben ja mittlerweile auch ein paar Sachen, die sich angesammelt haben, die man vielleicht immer mal wieder austauscht, wo man vielleicht, ähm, einen besseren Zustand findet, und dann das andere Teil wieder weg kann, und so weiter, gucken wir mal, ansonsten als Besucher, hunderttausendprozentig bin ich wieder da, geile Börse, geile Convention, ich freue mich, und mit diesen Worten beschließe ich das Ganze, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video, ich freue mich, äh, wenn ihr, wie gesagt, fleißig kommentiert, wie ihr das Ganze gefunden habt, wie ihr meine Funde gefunden habt, und sage einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Video, macht's gut, euer Retro Raune. zum nächsten Mal, Vielen Dank.